Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Players on the Better Grounds mit René, Christian und Lionel. Genau. Richtig. Oder auch Kurzfahndel, Christo und Lionel. Das werde ich auf jeden Fall nur sagen. Wo gehen wir denn raus, Mädels? Dort Pol. Ja, dort Pol. Ja, Mann. Meine Sachen, meine Hand. Nein, jetzt ehrlich machen. Ja, nee, ich würde sagen, bei Gelb brauchst du, okay. Muss man nur erwarten, dass wir nicht mehr wieder weggeholt wurden, so wie die letzte Runde gestern. Weil du, wohlgemerkt, du wurdest weggeholt. Ich? Ja, ich habe euch beide gerecht. Was willst du eigentlich? Alter, in der letzten Runde. In der letzten Runde. Wer ist als erstes gestorben? In der allerletzte Runde gestern Abend bin ich rausgeflogen. Ja, gar nicht. Sag dir wann. Ja, ja, warte. Ja, direkt wenn wir über dem Gelben sind. So, raus. Raus, raus, raus. Operation Stream George Pool. George Pool? George Pool. Oh, wir haben ein bisschen Besuch, aber nicht viel. Ein Team oder was? Genau. Ja, ein bisschen. Ach, nee. Links sind ein paar über uns. Links sind ein paar über uns. Kannst du dich entscheiden? So, Nico, du hättest ein bisschen mehr nach links gekommen. Oh, Bitch. Ja, ich hab's. Oh, ich hab's von mir jetzt einer. Was war das denn eben? Oh, Bitch. Ey, ich bin voll da nicht. Ey. Ich glaub, die Scheiße direkt leckt. Oh, da hinten, da hinten. Da hinten sind einfach zehn Leute oder so AFK runtergefallen. Ich glaub, das ist das Spiel, das macht um einen zu verarschen. Oh, bei mir leckt aber auch grad wie Hulle, ey. Äh, läuft wieder hier. Bei Schatten, ey. Obwohl ich ab 90 FPS hab, leckt halt. Ey, das kannst du so haken bei mir. 90? Was denn bei dir los, Sophie? Hab nicht mehr ich. Ja, weil ich aufs Low hab, Alter. Achso, ja gut. Das ist ein Argument. Habt ihr schon mal eine Waffe gefunden? Ja. Ja, eine Pistole. Echt, krass. Ich sag euch, der Patch ist schon gut, ne? Ich hab schon. Weil, das erste Hilfeset hat ein neues Icon bekommen. Ja. Hallo? Wow. Oh, ich werd so sacken. Da steht ein H an, statt dieses Scheiß. Oh, wow, ich krieg dir jetzt aus dem Game. Das ist ein versorgenes ganze Spielerlebnis. Homo steht das H. In deinem Fall, ja. Das ist das Homo-Homo. Ey, die Schattenhüter sind aus. Alter, ich kann mir einen neuen Rechner kaufen. Oh, Bitch. Nicht genug Platz, ach ihr Wichser. Ey, jetzt kannst du Haken gehen. Keine bösen Wörter. Schwarze. Was ist denn hier los? Alles weg. Draußen ein bisschen besser wird. Naja. Also draußen wäre er jetzt geschossen hier, ich hab Angst. Ja, ich hab ne Schroppwinter. Hattest du dann grob sagen. Ich hab gar nix. Also Nico, ich empfehle dir zu uns hochzukommen. Nämlich abgeschattet von uns. Bio, vierfach. Ihr seid abgeschattet von mir, wo war denn das jetzt hier? Hast du FKF, Lena? Ne, noch nicht. Kommt noch. Noch nicht. Ich hatte vorhin in der Runde erstmal die M24 glaube ich mit achtfach. Gar nicht, ey. Also eine goldene Regel gibt es in diesem Sch... Wenn René anschießt, mit Absicht, muss man ihm auch Booster geben. Ja. Sonst wird er böse. Ich stehe ja schnell pingelig. Und quengelig. Das war das erste Mal, dass ich meine Teammates umgebracht hab gestern. Und stolz drauf. Ja. Aber auch lustig. Hat irgendeiner von euch schon mal Schüsse gehört? Ja, ganz am Anfang. Von Westen war das, oder? Boah. Boah, Alter. Ich dachte gerade, was geht denn jetzt schon wieder ab, aber... Da hat man mal schnell wieder vergessen, dass die rote Zone ja hier ist. Boah, ich schaff's ja nie gut. Ne, das hier aber noch mal. Wenn das nur so vor ist, hier irgendwie Helme, Mangelware. Bei mir liegt noch ein Motorradhelm. Ja, Motorradhelm. Bei mir sind auch Westen. Zweier ist bei dir. Hm. Ich hab was ja aber auch noch unter einem. Kurze Frage, wo wollen wir überhaupt hin? Ja, erstmal ein bisschen hier bleiben und warten, wie sich der Kreis gleich verkleinert. Komm also mal zu euch. Welche habt ihr schon gelootet? Weil hier... Die vorderen. Hier. Ja, ich komm erstmal zu euch. Also über den Zweierhelm würde ich mich auch noch mal freuen. Ja, ich auch. Hallo, freu ich mich. Wie gesagt, bei mir ist einer. Jetzt hier hab ich... Ich hab einen Millimeter. Nee. Keiner. George Pole. Was wir jetzt nur noch mal gesagt haben. George Pole, dich gleich weg, alter. George Pole. Doch mal was gescheide. Nur schon in dieser Sauhaufen. Nein. Was haben wir... Was habt ihr denn alle... Was habt ihr für Knarren so? Also ich hab ne... Ska und ne... Ich hab ne M16 und ne SKS. Also hier liegt nochmal ne... Oh! Ne SKS. Wird behaupten. Die SKS hab ich auch. Aber ich hab ganz gern was schnellfeueriges. Oh ja. Und da steh ich schon vor. Jetzt. Also ich hab bisher nur ne AKN. Plus Pistole. Und Splittergranaten. Ähm. Wenn du... Wenn du zu mir kommst, kannst du ne SKL haben. Da hab ich mir nicht der hingelegt. Oder du nimmst die M16, kannst du dir aussuchen. Ich hab gerade... Ja. Wir wollen Mr. Dancer. Ja. Die hier oder was? Hier ist die SKL. Achso. Ich hab nen Knoffbauch. Könnt ihr. Nicht. Aber... Aber nicht ins Knie schießen, ja. Bayo, wie war das? Etwas? Ich hab einen getötet. Alter ich hab das... Aber bitte mit Soße. Ich hab das von hier... Ich hab das von hier... Ich hab das von hier hingekriegt, ne? Ich könnte mal ein paar Vasiere vertragen. Ich hab nur ein Holo... Äh. Doch. Was jetzt sehr edel wäre. Alter einfach. Ja. Nein? Ja. Alter, bei mir gehen die Türen gerade 100 Jahre später erst auf. Ist aber bei jedem von uns jetzt grad so, oder? Ja. Oh, alter. Die Server grad wieder ein bisschen... Dü-dü-dü-dü am Spielen hier. Also hier bei mir ist ne Pfanne. Und nen Mantel. Never play on Patch Day. Ja. Oh, René. Du bist natürlich wieder am Marsch der Wilde. Mach du in die Zone über. Ah, mach doch erstmal das. Hallo, Junge. Die Zone ist halt... Geil. Ja, Junge. Weit weg von uns. Alles cool. Hier sind zwei Pfannen drin. Hier ist noch ein Stufe-3-Rucksack drin. Oh, hier ist ein Schallye für ne AR. Nehm ich, nehm ich. Sofort. Ja, ich kann aber leider nicht mitnehmen, also... Warte, warte. Wo bist du denn da, Jo? Oh, nee. Alter. Schmeiß doch irgendeine scheiß Munition weg, Mann. Fack das Ding ein. Ah, ja. Bei mir ist eine Stufe-3-Rucksack-Leio, ne? Oh, den... Ja... Oder René, kannst du den... Sieht ja mit der Zone aus. Alter, die kommen ja genau auf uns zu, ey. Haben wir Schweine, ey. Denn ich bin noch gar nicht bei dir im Haus. Beine Fressnummer. Ich kann gleich rüberkommen, ja. Aber erstmal mach ich... Polizeiwester hat schon jeder? Ja. Also hier oben ist nochmal... Wohl, 5.56, da bring ich die mal mit, Nico. Ja, ich brauch auch welche. Das wär super. Ich hab nur 90 Schuss. Warte, 5.56 hab ich auch on mass, also... Ich brauch nur 7, Harmonie. Schmerzmittel, nice. So, Mädels. Wo ist denn mein... Da braucht kein Platz mehr. Also... Geh mal bitte hier her, ihr beiden da oben. Ja, wir kommen. Ich will das Haus jetzt noch fertig machen hier drin und dann... komm ich. Wo denn denn? Zu euch, oder was? Ja, kommt mal zu uns. Warum? Ich hab noch einen Helmstufe 2 hier, ne? Ah, dann komm ich halt zu dir. Das ist halt übel scheiße. Das ist was, was mich abfragt, dass du die Häme nicht mitnehmen kannst, man. Oh, Bratpfanne. Nice! Oh, warte mal. Oh, Steps, 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 Steps. Und? Uh, komm mal. Von wo? Was? War das... Dass das nicht Nico seine Steps waren? Ja, ich beleben dir, ne? Die waren zu weit... Ja, die waren aber zu weit weg. Definitiv zu weit. Alter, wie das bei mir leckt, ne? Ja, warum? Wenn ich euch so laufen sehe, dann treff ich nichts. Ja, im ersten Obergeschoss war der... René ganz oben. Ja, ich weiß jetzt schon, wie die Folge ist. Never play on Patch Day, Alter. Ohne Witz. Hier, stellt euch an. Ja, ich weiß noch, Patch Day... Also nicht hier oben, sondern eins runter. Aber Nico. Was heißt das? Okay. Und dann, links oder rechts? Du leckst bei mir, aber... Ich weiß, ich glaube links. Okay. Weißt du noch den Raum, Küche? Bist du mal die Muni? Ne, weiß ich grad nicht. René, wo war der Rucksack? Ich bin auf dem Platz, ich muss irgendwas wegwerden. Äh, rechte Seite, ich glaube fast ganz oben. Da war noch ein anderer Rucksack, also der lag ein bisschen mehr links. Dann im Raum. Besser kann man aber auch nicht. So, wie sieht der jetzt aus hier mit der Zone? Äh, lol, bei mir stand plötzlich einer. Das ist schnell, ja. Komm René, ab geht's. Ich hab den auch nicht gehört. Weil ihr auch die ganze Zeit nur am Quatschen seid. Jetzt sind's wir wieder. Wegen seiner eigenen Umfähigkeit sind wir jetzt dran schuld. Ja, es geht wirklich die ganze Zeit nur Palabra Palabra und ich hör gar nichts. Ja, sorry. Dass es ein Teamspiel ist, wo man sich absprechen muss. Äh, ja. Ist es. Ich bin der Meinung, dass wir bis jetzt nichts Unnötiges gesagt hätten. Bei Unterhaltung geführt hätten. Der stand da einfach plötzlich. Ich wollt grad sagen. Ach, Laio. Ich hab deinen Homie aber geholt. Ich wollt grad sagen. Ach, hi Chris. Oh scheiße, das ist gar kein Name. Ja. Wo geht das? Hast du gesehen? Was war das, ey? Du looted mich. Ich hatte ordentlich Moni und so dabei. Ey, ich brauch 5-5-6. Ja, ich bin dabei. Ja, 5-5-6 waren da über 300 Schuss drin. Ja, geil. Dann gib mir mal die Hälfte ab, weil ich hab nämlich niente mehr. Und ich hab grad zwei Leute... Ja, wie kannst du so viele Sachen bei dir tragen? Ich kann gar nicht so viele Sachen bei dir tragen. 100 Punkte. Nee, warum war der eine tot? Ist doch ganz einfach. Weil ich mal geballert habe im Vergleich zu euch, Muschi. Wenn du der Einzige warst, der bei Laio war. Weißt du, Teamplay heißt das. Team. Toll, ein anderer macht's. Oh. In dem Fall ich, ne? Ja, reicht doch. So. Ich geh halt keinen Schwanz, ne? Aber du rennst schon mal rüber, oder was? An den du süßen stein. Ja, aber ich gucke mal, ob auf der Brücke was ist. Komm mir einfach so da runter aufs offene Feld rennen, oder was? Was machen? Ja, stellt euch an. Schießt doch mal zurück, wenn du was kommst. Wo wollt ihr denn hin? Ja, so. Wir sind halt jetzt hier schön übers offene Feld, ne? Ist doch schön. Wir können auch schwimmen ein bisschen. Ja, da kommt ein Auto auf uns zu. Auto, Auto, Auto. Passt schon. Lass den kommen. Die kriegen. Lass die doch ab. Ich merke auf jeden Fall einen extrem großen Ausfluss bei der S-Car. Hauptsache alle von ihnen laufen einfach. Wie viel hart kann es geben. Das kommt auf den Meter, Alter. Dann musst du es ausgenutzt. Das geht einfach so aus. Ich hab noch einen ausgenutzt. Trefft, glaub ich, überhaupt nichts. Ich hab den einen nur ausgenutzt. Der ist ja leider direkt dahinter. Einer schwimmt nach rechts. Der eine schwimmt noch, ja. Alter. Lass uns mal zu denen wie im Auto und uns Deckung suchen. Oder? Da sitzt noch einer, ich sag's dir. Ja, ich hab einen ausgenutzt und der andere hängt dahinter. Da hinten läuft doch. Am Strand. Andere Seite. Ausgenockt. Ich hab ihn ausgenockt. Der andere kommt auch noch. Hol den. Hab ihn. Hab. Sauber, 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 sauber. Was du hast. Wo ist der letzte, Alter? Nee, nee, das waren beide. Das waren beide. Das waren vier Leute. Ja, und die haben ja alle geholt. Jetzt echt? Oh. Ja. Ja. Ich weiß ja nicht, ob der Loot jetzt hier so schlau ist, aber naja. Achtung. Ja, der hat gar nichts Hutes dabei. Leck mich am Arsch. Also medias und so hätte ich nicht genug. Rotpunkt auf jeden Fall. Viel besser. Taucht mal ein bisschen ab, vor euch. Ich muss überlegen, ob das eine schlaue Idee ist, rüber zu gehen. Ich glaub schon, ja. Wir haben ja noch Zeit. Wir haben da nur 21 und hier sind 3, also 18 Stück. Ein bisschen. Containern bleiben, würde ich mal behaupten. Großen Hallen, ich weiß nicht, würde ich eher meiden. Ja. Oh, lol. Heiz ab, Alter. Heiz ab, Alter. Jackkasse ist. Das war. Oh, ne Jacke. Zieh ich aber mal ein. Ist ein bisschen kalt. Gott sei, ihr seid schon weiter. Ich bin jetzt eben die ganze Zeit gefolgt. Da ist mal. Oh, hier liegt noch Schmerzmittel. Hier liegt noch Schmerzmittel. Ich kann es aber nicht mehr aufnehmen. Brauch ich nicht, brauch ich nicht, brauch ich nicht. Ich nehm's. Komm mir. Ich schmeiß was weg. Oder ne, komm. Nimm du das. Danke. Läuft als wie so'n Gestörter direkt vor, Alter. Ja. Berg. Wir sind jetzt in der Zone, ne? Was? SK oder AWM? Klar. Bei der Schnellenschussfolge. So. Ich würde mal eher grünen Marker in die Richtung gucken. Ja, ja. Mach ich schon die ganze Zeit. Ich hab zum Glück nen... Ah. Okay. Gib mir mal Deckung. Ich bin dir da ganz sicher, dass du da hin willst. Ja, entweder ich geh drauf oder ich überlebe. Ich glaube... Ne, die ist nicht mehr drin. Kannst du knicken. Nein, ist es auch nicht. Berg. Kommen welche runter? Okay. Mach du mal, ne? Ich stecke von hinten noch ab. Ja, ich stecke auch hinter dir. So, was würde jetzt passieren, wenn Granate reinfliegt? Feierabend. Ne, ich würde sagen, einer läuft raus und der eine links, der andere rechts. Das ist der easy peasy. Richtig. Ich kann dir auch nen Headshot geben und sagen, jeder für sich. Richtig missgeburten Tour. Boah, bitch. Scheiße. Aber immerhin gehen die letzten Kreise jetzt nicht mehr ganz so schnell. Boah. Wollen wir links rum laufen und durch um die Halle rum? Weiß es nicht. Kann auch einer in den Hallen sitzen, ne? Ja, komm. Nullo. Ja, ich würde hinter... Es ist der... Hintersten... Halle. Nicht zwischen der Halle, sondern hinter der Halle. So, das sollte ich jetzt zwischen der Halle dann. Ja, aber so hast du von links und von rechts erstmal Deckung. Geht durch die Halle. Boah, scheinbar niemand drinnen. Das sind nur noch elf Leute am Leben. Boah, noch ein Wangenpolster drinnen war. Boah. Das ist nochmal ein Schmerzmittel, aber ich... in dem Haus. Ey, das ist so... Lauf mir nicht zu weit davon. Lauf mir nicht zu weit davon. Häuser. Aber da sitzt einer. Oder zwei. Ey, da kriegt ihr sowas von mein Wort raus. Ich hätte mir jetzt schon übes davon gelaufen. Ah, da hinten. Äh, warte. Wo, 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 wo? Süden, Süden, direkt. Da, ich seh ihn. Ich seh einen. Am Baum. Äh, 165er Baum. Sind zwei. Ach da, ja. Hab ihn. Da liegt noch einer. Oder ist der tot? Es sind noch fünf Leute am Leben, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob der tot ist da in dem Baum. Da läuft einer, da läuft einer. Wo, 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 wo? Ja, ich treff ihn nicht, weil ich... Sag mir, wo. Ich seh's nicht. Auf Süd hinterm Baum. Auf Süd hinterm Baum. Auf Süd hinterm Baum. Richtung 165 Süden läuft einer. Da läuft er. Siehst du? Ja. Hab ich. Gewischt. Auf sechs Leute. Oh, Alter hast du mich erschrocken, René. Ja, Junge. Als ob. Jetzt ein Gegner da kommt. Vier Leute noch. Leute. Wir sind drei. Noch einer. Na ruhig, 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 ruhig. Ich... Einer bleibt vor der Zone, ich rush nach vorne. Und der andere macht Sniper. Einer, einer, einer geht links rum, einer geht rechts rum, einer geht durch die Mitte. In die Zone. Los, rennt. Okay, in die Zone, los. Abfahrt. Gib ihm Vollauto. Der kann euch nicht alle holen. Ja. Wenn er einen holt... Bleib nicht zu nah aneinander. Bleib nicht zu nah aneinander. Ist das Granate? Der liegt irgendwo im Gras. Ich. Ich. Ich war das. So. Der liegt am Baum, ich sag's dir. Ja. Höchstwahrscheinlich. An dem rechten da. Sitzst du im Busch? Sitzst du im Busch? Nee. Wo denn? Wo ist ich? Nein, nein. Nein, nein. Ich mach nur. Höchstwahrscheinlich hinterm Baum. Denk auch hinterm Baum. Denk wahrscheinlich hier hinterm Baum, oder? Ja, da hab ich auch gedacht. Äh, ist er nicht. Ja, warte. Wird wahrscheinlich... Nicht, dass er von hinten kommt, ne? Äh, wird er nicht. Wie gesagt, er kann euch nicht alle holen. Ja, würde ich niemals behaupten. Zwei gute Granaten. Da ist er aufgestanden. Da ist er ja. Jawoll. Nice. Gib Hühnchen. Wuuu. Gib Hühnchen. Wuuu. Geil. Der Controller rastet komplett aus. Erste Runde, Mädels. Und gewonnen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Never play on patch day. PÜß. Outro